Mahlzeit Freunde, ich bin's wieder, euer Micha. Heute mache ich ein Kill-Duell gegen Tante Sibylle. Deshalb bleibt jetzt dran und wir schauen, wer am meisten Kills hat. Übrigens spielen wir das Ganze im Team Auffüllen, um zu schauen, dass wir eventuell ein bisschen schlechtere Gegner kriegen und Solo vs. Quads spielen. Also wir landen woanders als unsere Teammitglieder. Und übrigens, falls ihr mich und Tante Sibylle supporten wollt, dann tragt jetzt gerne meinen Credo-Code TTV Flashy Sun in den Itemshop ein, um mich gratis zu supporten. Oh Mann, hier ist wirklich einer drin mit Level 1 und der andere Level 6. Oh Junge, das kann ja nur schlechte Gegner geben. Aber Vorteil für mich, Sibylle hat niemals gesagt, dass es nicht schlechte Gegner sein dürfen. So, nach langem Hin und Her hat mir Micha seinen Account gegeben, damit wir die gleichen Gegner haben. Ich spiele hier eigentlich Teams mit Auffüllen, habe aber nur ein Make bekommen, ist mir aber auch egal. Wir gehen rein und machen mehr Kills als Micha. Und wir landen bei Johnny Seas. Ja, dann gehe ich allein nach Tilted. Dann mache ich Solo gegen Squads. Übrigens Fußballer-Skin, ihr wisst Bescheid, Schwitzer-Skin, um den Gegnern zu zeigen, Ey, Alter, da kommt ein Riesenschwitzer auf mich zu. Oh Mann, ernsthaft? Der Erste ist schon gestorben. Oh, Epic Chess? Ja, ja, ja. Direkt die beste Waffe gekriegt, ne? Hä? Wollte ich schon sagen, Alter. Er ist ja komplett los. Hm. Den habe ich auch. Ja, bringt die Bauern nichts. Bruder, was ist denn los mit euch? Hot Lobby oder was? Hallo? Was geht, was geht, du geringe Verdiener? Oh, hallo? Bruder. Junge. Bleib schön hier. Alter, hab ich ne Eben drauf, ne? Perfekt. Das war eigentlich volle Kanne drauf, ne? Aber echt? Okay. Bitte nicht snipen. Alter. Spielen wir hier null bauen oder was? Junge, Junge. Wir haben auch kaum Metzen, ne? Also, echt komisch. Ah, hier. Baubattle. Dein A muss da aber noch mal ein bisschen trainieren. Mein Freund. Sonst wird das nichts. Bruder, ich bin ja doch hier. Okay. Bruder. Mit dem Pistol fang ich dann aber nicht weit, ne? Das war erst. Ah, chill doch mal. Jäger, du bist right. Es ist los, Matthias. Es ist los, Matthias. Mhm. Niemand legt sich mit Sibylle an. Aha. Hallo. Oh, was hast du denn für einen Skin? Wolltest du rebooten, hä? Lass es lieber sein. Okay, bauen kann er ja auf jeden Fall effektiv. So. Ist der andere hier? Nee. Nee. Okay. Okay, so. Geht weiter. Hier. Einmal. Finischen. Finischen. Einmal. Einmal. Ich bin weg. Oh, oh, oh. Perfekt! Oh, Galaxy! Oder? Küsschen! Ah! 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 Mann, was ist denn, Kollege? Ah, hier. Einen Kollege hole ich auch noch kurz. Au doch, Bruder. Was seid denn hier? Was hat mir noch zu tun? Alter, die treppen ja auch gar nichts, ne? Da merkst du selber, ne? Was ist denn da? Was ist denn da? Nein! Okay. wir haben wir jetzt gewonnen gewonnen wie viel kills 20 kills aber auf jeden fall mashallah 22 kills ich hoffe das waren mehr als tante sibylle auf jeden fall freunde danke fürs einschalten und bis zum nächsten video übrigens freunde mir ist aufgefallen dass recht wenige meinen kanal abonnieren aber die videos trotzdem schauen deshalb freunde abonniert auch gerne den kanal um keine videos zu verpassen aktiviert auch gerne die glocke